dann könnte man es eigentlich gut hinkriegen würde ich das hier unten auch noch mal umbauen dann lasse ich dich da unten mal werkeln ich tue mein bestes mal dass ich hier die forschung ein bisschen jetzt sind wir wieder an dem punkt wir könnten jetzt das stromnetz erforschen oder die ich glaube es ist jetzt erst mal das stromnetz und nicht so erforschen finde ich auch denn dann geht das ganze hier ein bisschen besser mit platzausnutzung so ja also habe ich so das gefühl außerdem die strom großen stromnetze dann braucht man nicht so viel strommasten wie wir jetzt brauchen ja das wäre vielleicht immer ganz gut dann kann man die ganzen kleinen dafür unsere stromreduktion da oben wegreißen oh ja das stimmt hier ins blitter mal rein ich bin mal ganz kurz weg und hol mir was zu trinken das sind zwei eine schiene braucht ein feld die und die großen greifer haben dann können aufs zweite feld dann übrigens raus zwei fließbänder vier fließbänder eine schiene ist zwei breit und das mal zwei im schienenbereich hier und da brauche ich noch einen weiteren fließbänder hol ich mir mal ein bisschen eisen und kupfer damit das noch ein bisschen besser geht kohle mache ich wieder mit dich sowie hier drüben ja jetzt geht die produktion hier unten nicht aber das werde ich gleich beheben jetzt ist es wieder verbunden bringen wir erstmal das hier oben zum laufen bevor ich was anderes probier hier wollte ich ja jetzt hat kurz das aufteilen dann kann ich hier rüber bin wieder zurück bb ja gut ich habe wieder kein plan mehr was ich tun wollte erzähl mir was neue ja genau grüne forschungssachen baue ich das hier drüben hin weil das geht mir zu den weg rum weil ich denke nicht dass man heute bis zu den schienen kommen oder irgendwie so erforschen werden bezweifle ich ein bisschen ja das hier und hier wenn wir uns beeilen dann schon aber ich kenne uns dafür zu dass das alles dann in einem chaos endet ist das nicht bis jetzt in jedem spiel passiert alles in chaos ausgebrochen wo wir gespielt haben es hat immer funktioniert was wir gemacht haben aber auch nicht wirklich ja genau das war so wenn man nicht genau hinschaut funktioniert es ich glaube ich hoffe mal du willst seine produktion hier nicht noch mehr zu eskalieren das soll für den anfang reichen ok gut wir eigentlich den splitter schon ja den haben wir ja das ist sehr sehr gut wo ich splitte ich jetzt ein bisschen es gibt ein achievement dass man es in zwei stunden schafft dass man es in zwei stunden schafft das spiel ninja ok das ist durchaus interessant oh ja glaube ich weiß mir was ich anschaue das ist durchaus also vom jetzigen standpunkt aus sehr beeindruckend ja wenn das gut läuft können wir ja schauen mit der waffen produktion brauchen wir fürs stromnetz übrigens nicht die grünen forschungssachen auch oder er ich mich dagegen das suchte gerade ein bisschen was zu bauen okay dann will ich nichts gesagt haben noch eins weiter, dass hier die Kohle reinkommt. Und das. Dann können wir noch ein paar... Ah, Greifer kann ich gerade nicht herstellen. Können wir mal wieder Eisenplatten sammeln gehen. Okay. Sollten keine da sein. Das sind, glaube ich, genug da. Ich probiere hier mal was. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja kacke. Dann können wir hier unten nämlich Stahl herstellen. Ich hoffe, das funktioniert so. Hier und hier. So wie diese beiden. Dann brauche ich wieder einen Strommasten und ich habe kein Holz. Da kommen wir hier. Ich habe noch welche. Ah, ich habe mir gerade einen schon. Hier, wenn das das wird. Gut. Weil jetzt kriegen wir hier zum Ende des Stahl. Neuengreifer. Dann baue ich hier schon mal zwei Kisten hin. Weil ich glaube, Stahl werden wir später eh genug gebrauchen. Ja. Gut. Später machen wir halt so ziemlich alles aus Stahl. Ja. Aber für das erste sollten hier zwei reichen. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Was? Mit dem Eisen. Da stimmt was gerade nicht. Stimmt irgendwas? Jetzt hat funktioniert es wieder. Okay. Cool. Es hat sich bloß gedreht. Okay. Okay. Dann würde ich hier jetzt auch die Waffenproduktion wieder angehen. Obst falsch Richtung. Ja. Nein. Doch. Das ist auch so ein Ding. Das mache ich einfach immer falsch. Man da ja noch ein zweites Förderband hinten hin. Ja. Wachsen muss. Dann kommt die Waffenproduktion auch mal wieder online. Hier dahin. Eine Frage. Gibt es, dass man jetzt halt habe ich hier die Waffenproduktion, dass ich einfach irgendwie die hier rüberlegen kann. Weiß das von euch jemand? Weil ich kenne kenne es halt nur so, dass man immer drauf klickt und das dann hergestellt wird. Weiß das einer? Wir sollten mal ein Radar auch mal bauen. Ich baue jetzt mal zwei. Ja und haben wir eigentlich schon mal irgendwann wieder was in Verteidigung investiert? Ich glaube nicht. Nein. Ich baue immer noch drauf, dass wir das tun sollten. Und mit uns, weil ich du. Danke. Jetzt probiere ich mal was aus. Hier dann so ein Kabel rüberlegen. Dann kann man die ein bisschen separat noch hin tun. Bin gerade um überlegen, ob das funktioniert. Eigentlich schon. Dafür bräuchte man bloß Rohre. Habe ich. Ah, Rohre sollten wir auch herstellen. Ja, Shift rechts zum Kopieren und mit Shift links auf die andere Maschine. Okay. Macht sicher sehr angenehm, wenn man 30 Maschinen eine Produktion in einer Reihe steht und dann einfach daran langläuft. Das stimmt. Ninja, ich habe wieder mal ein berüchtigtes Problem. Wir haben nicht genügend Eisen. Oh nö, 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 nö. Nicht schon wieder. Du kennst mich. Solltest du doch schon. Ach man. Ich muss jetzt die Können wir eigentlich schon diesen Nein, können wir nicht. Dammit. Wir werden diesen Sortiergreifer bauen. Ne, noch nicht. Ne, die starte ich jetzt mal. Die Forschung da braucht man nämlich nur die roten für. Boote Hammer. Ballplotten. So. Das wird nämlich meine ganze Sache hier hinten angenehmer machen. Glaube ich. Die Rohre sollte man glaube ich auch mal automatisieren, weil die werden später auch wichtig, damit man die nicht permanent selber herstellen müssen. Jo. Wenn jetzt plötzlich das Stromnetz weg ist, nicht wundern. Okay. Bin gerade was am ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wow. Ich dachte mir gerade so, warum haben wir Stromprobleme? Ey, 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 ich habe echt. Ich habe doch gesagt. Das ist mir manche Sachen gedächt, das ist wie ein Goldfisch. Nur wie ein Goldfisch? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen im Chat rum gelesen. Also, was klingt da? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nur so. Ich weiß nicht, was du tust, aber es macht wieder Strom. Okay. Dann funktioniert das doch. Ich warte jetzt auf meinen Greifer. Jetzt dürfte man keinen Strom haben. Jetzt aber ich kümmere mich gerade ein bisschen um Strom. Kann ich hier noch was hin? Ne, brauche ich dich noch ein bisschen mehr. Zeug. Kannst du ja mal kurz mal. So, ein Chat. Ah, ja. Ich wollte halt ein bisschen mehr jetzt haben. Jo, dann wünsche ich einen guten. Hm, ich auch. Vielleicht sind wir ja noch da. Ja. Also, wahrscheinlich. Wir haben noch nichts irgendwie festgelegt, wie lange wir das jetzt machen. Ja, aber du bist am Samstag am Start. Äh, wenn ich am Samstag da bin, ich habe gerade keinen Kalender im Kopf. Aber tendenziell am Nachmittag so drei rum. Sollten, weil es so ab drei wollte ich eh, drei, vier, vier, vier Uhr ungefähr. Ja, weil es muss ich dann auch noch mal. Super. Danke. Ich würde jetzt meinen, diesen Sortiergreifer haben. Ich hoffe, der ist da mit dabei. Aber ich meine, das ist der Lila, ne? Hm, der, das mit 16 bis 18 Uhr, wo habe ich so angedacht. Aber ich denke, ich werde das von 15 bis 18 Uhr am Samstag generell machen. Ich glaube, das ist praktischer. Aber da kann ich jetzt noch nichts Genaues sagen. Das habe ich jetzt mal so festgelegt, dass man, damit man zumindest eine Uhrzeit hat, wo man weiß, okay, da streame ich. Aber meistens jetzt, ich habe es mir eigentlich so vorgenommen gehabt, 15 bis 18 Uhr, so rundum. Okay, das schaue ich mir später an, Nasu, wenn es dir nichts ausmacht. Das ist eigentlich eine total sinnlose Aktion, weil wir immer noch keine grünen Sachen haben. Hm. Okay. Ähm, naja. Okay, das schaue ich mir später an mit den Dampfmaschinen. Das ist echt praktisch. Weil das, ich würde es jetzt halt einfach mal in dem Stil machen, ganz kurz. Das kann man ja später immer noch umbauen, das mit den Dampfmaschinen. Das ist jetzt halt bloß, dass wir generell eine Stromversorgung haben, wo wir uns fünf Stunden erstmal nicht drum kümmern müssen. Weil ich kenne Ninja und ich kenne mich. Da ist die konsequent, das Gesicht teilweise geschrieben. So inkonsequent. Ah, das reicht sogar. Das musst du schon mal hier mit dem Filtergreifer gearbeitet. Ja. Ja. Naja, jetzt nimmt der Zahnräder. Das ist gut. Dann passt es ja soweit. Ähm, wollen wir die Forschungsgerätung? Kann ich dem auch sagen, auf welche Ding der die legen soll? Das weiß ich nicht. Auf welche Bandseite? Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass du es rumdrehen kannst, aber ich weiß nicht, auf welche Bandseite. Ah, das Problem hier ist eh, dass wir das auf beide Bänder, dass ich das auf beide Bänder hier mache. Hier das ganz normale Eisen. Das weiß ich nämlich noch nicht, wie man das umfunktioniert. Also ich meine, hier macht das jetzt schon, aber das sieht so aus, als würde da zwischendrin immer wieder Eisen rein. Da kommt jetzt halt auch Eisen rein. Da wird jetzt halt nichts. Ja, genau. Das ist nicht der Plan. Das weiß ich halt noch nicht. Da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Noch. Ah. Kann man das hier irgendwie einstellen, dass das nur auf 1... Fortschritte, Auszug links. Naja, ich habe 32 von den Dampfmaschinen stehen. Außer natürlich reißt die ganze Geschichte hier hinterhalb ein. Da hat er ja nur ein Band, das er hernehmen kann. Hm. Oder du machst das an... Boah, dann verbaue ich mir hier meine Produktionserweiterung. Du kannst das ja auch hier unten runter gehen lassen, das auf einer Seite. Äh, genau, das meinte ich ja. Ah, okay, gut. Dann hat sich alles erledigt. Drei. Hier, der Stromnetz wird dann auch mal umgebaut. Boom. Wird sich schon irgendwas draus ergeben. Ähm, das abbauen, das. Ähm, das abbauen, das. Ich habe mal die linke Produktion, die rechte Produktion hier bei uns mal komplett jetzt weggemacht, weil die brauchen wir so gesehen nicht mehr, weil wir jetzt halt hier alles machen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020